Was geht, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Future Star Team DOS ist draußen. Und Team 2 ist auch viel besser als Team 1. Also viel besser. Die Abgrößen sind krasser, die Spieler sind krasser allgemein. Also, es war aber schon immer so, dass Team 2 besser war. Wir haben uns die ganzen Karten angeguckt. Wir haben natürlich auch Packs geöffnet und auch natürlich Future Star gezogen. Und auch Future Star Icons. Ich habe meine erste Future Star Icon gezogen, by the way. Ja. Neue Evo kam auch raus, Mittelfeldspieler Evo. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das Team 2 findet. Lasst ein Like da. Da ist auch ein Abo da, an den ich abonniert habe. Und kommt in die WhatsApp-Gruppe. Wir haben eine Community-WhatsApp-Gruppe erstellt. Da liegt ja ein bisschen mehr Memos, ob ich live komme, was ich mache. Ich will euch jetzt nichts verkaufen, ne? Also, ich rede nur über FIFA und über mein Leben oder so. 19 Uhr und wir gehen rein. Lauren Hemp. Kann eine coole Karte sein. Ich habe Angst, auf die Werte zu schauen. Sieht okay. Also, 95 Tempo und 93 Dribbling. Sie hat fast die gleichen Werte wie Garnaccio. Real Talk. Sie hat fast die gleichen Werte wie Garnaccio. Tempo, Dribbling, passen sogar besser. Einen Schuss weniger und leider keine Five-Star-Skills. Aber die Karte sieht gut aus. Was hat die vier? Oh mein Gott. Ich sehe schon hier 87, Bro. Da bin ich wieder raus. Da bin ich wieder raus. 85, 86. 86, 87, 88. Und... Hattig ausgabt, Chat. Ist alles gut. Wundertüte ist wieder neu da. Okay, war das Wasser explizit, oder, Chat? Ha, hier. Will... 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 Willia... Willia Halm's Dootier. Forster, Forster, einer in dem Tempo. Lea Carolina Williams Dootier. Bro, der Name ist wirklich Zungenbrecher, ne? Vischer Fritz, Frische Fisch oder so. Ja, ist jetzt nicht die beste Karte, wird keiner spielen. Ist okay, aber egal. Ist okay, ist okay. Ich will gar nicht drauf eingehen. Futurester Academy Mittelfeld Pack. Das Pack habe ich gesucht. Ich habe keine Ahnung, welches Spiel überhaupt zur Auswahl stehen. Aber es muss eigentlich knallen. So, das sind die 10 Spieler jetzt. Skip. Adil. Oh. Stein. Almada. Lohmann. Ugarde. Ilicic. Okay, ich sehe jetzt schon mal von Anfang an, Adil wird auf jeden Fall einen Upgrade bekommen. Also den wird ich auf jeden Fall nehmen. Franzose. Aus Milan werde ich safe mitnehmen. Skip. Ja, werde ich vielleicht skippen. Wegen Skip und Skippen. Versteht ihr? Okay, Unahi. Zum Beispiel nehmen wir jetzt. Bekommt First Touch. Tiki Taka Playstyle. Abfangen. Playstyle. Abfangen. Tiki Taka. 91 Dribbling. Ja, alle Werte zwar über 80, weil die Karte gibt mir jetzt nicht so dieses Wow. Wie beim, äh, bei den Angreifern. Saibari hat 90 Pace. Sie macht den Schuss. 91 Dribbling. 4 Star, 5 Star. Ja, ist auch eine coole Karte. Gute Füße ist auch. Der ist auch wahrscheinlich groß, ne? Aber der ist trotzdem nicht so ein Main-Team-Kandidat, Digga. 400 K-Pick und 315 K-Pick. Ja, das war letzten Freitag genauso. Das war letzten Freitag genauso. Da gab es auch genau die beiden Packs hier. Palma sieht so gut aus. Forster, 5 Star, Weakfoot. Ey, goldener Palma hat 3 Sterne Weakfoot und der hat sogar 5 Star Weakfoot. Boah, gute Karte. 94 Pace, 90 Dribbling. 90 Schuss, 880 Passen, 91 Dribbling. Finesse Shot, Digga. Für mich bei Lieblings Karten ist Olyse und ich hoffe Olyse ist gut, Digga. Batscher, Forster, Forster. Gucken Sie jetzt keine 3 Sterne Weakfoot mehr. 99 Beweglichkeit, 99 Ausdauer, 99 Flanken. Jede Flanke kommt an, Digga. 99 Schusskraft. Zählte er mir in die Chat. 5 Star Skip. 90 Tempo, 90 Dribbling. Technical Playstyle. Bruder, hör auf. Ich kann nicht. Ich kann nicht gleich. Ich kann das wirklich nicht. Sowas will ich sehen. Nicht die ganze Zeit so komische Müllkarten. Das ist echt mal Future Stars. Nico Williams hat, ui, 97 Pace. Kann aber nicht schießen und nicht passen. Okay, Olyse geht. Forster, Forster, ein bisschen Muck. Weil die kennen wir. Mucko. Jetzt hätt. Hättet ihr nicht gedacht, dass Mucko schlechter sein wird als das? Bruder, 91 Tempo, 88 Schuss, 89 Dribbling. 5 Star Week for Technical Playstyle. Schön, sehr, sehr schön. Salma Paduelo, Forster, Forster. Ja, ist halt cool, weil die schnell ist. Aber Playstyle ist diese Kacke, chat. Absolut Kacke. Olyse hat 5,4. Er hat 99 Beweglichkeit, 95 Ballons. Ja, er kann halt nicht schießen, Digga, ne? Aber 5 Star Skips ist geil für Olyse. Ich werde die trotzdem testen, weil ich die Karte mag. Er ist 1,89 Meter, hat 99 Beweglichkeit und 95 Ballons. Bruder, wohin mit dem? Das ist geistig krank, chat. Pacho, Yuki, glaube ich, nicht so viele, außer Frankfurter. Das war's, glaube ich. Ja, also, da haben wir schon gesehen. 5,5. Abfangen, entscheidender Pass, 9 Millionen Coins kostet er oder so. Jetzt finde ich, ja. Ich finde nicht so interessant, wenn ich ehrlich bin. Meine Lockheed Zico, ich liebe dich. Ihn will ich haben. Ihn will ich haben. Rival mit 4 Star, 4 Star, Digga. Die erste gute Rivaldi-Karte, die ich selber auch spielen würde, Digga. Smith ist auch... Iiii. Aber Smith sieht einfach gar nicht gut aus, ne? Was ist das für ein scheiß Upgrade, Bro? Backcamp, 90 Pace. Ach, du Scheiße. Er kann ZM. Bruder, er hat Finesse in Grau. Er hat so viele Pass-Pace-Tides. Die Karte ist so gut. Also, wenn ich ihn ziehe oder so, ich werde den Save spielen. Pujol sieht auch so cool aus mit 80 Tempo. Net-Wet-Unnötig, sage ich. Hart-Unnötig, also würde ich niemals spielen. Und Gattu sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Wie fehlt ihr das Team-Chat? 1 bis 10. Ich finde es sehr gut, muss ich sagen. Ich finde es sehr gut. Ich gehe rein ins 400er-Pack. Du musst eine Future Star-Karte ziehen, Chat. Eine. Icon! Ja! Future Star-Icon! Come on! Future Star-Ulf! Bitte, Zico! Bitte, Zico! Batscha! Nee, nicht Batscha! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe Batscha gesagt, weil die Frau aussah wie Batscha. Meine erste Future Star-Icon, by the way. Uh! Letizier, Pacho und Netz. Ja, eine Icon, drei Future Stars. Natürlich die besten. Oder keiner davon ist gut. Icon! Heizmo! Future Star-Ulf! Hä? Future Star-Icon! Future Star-Icon! Bruder! Wer ist das? Wer ist das? Oh! Oh nein! Oh, Carlos Pujol! Bruder! Ich dachte kurz, Zico wegen den Locken! Ich dachte, oh mein Gott, Pujol ist so ein Zico-Troll! Future Star! Come on! Ja, Netz! Ist eh Netz! Ja, war klar! War klar des Netzes! Es ist immer Netz-Chat, Digga! Ich muss auch Backcam haben, ja! Junge, ich, Digga, Tuse, RZ Pujol, Digga! Ich mach mal vier! Muss! Proazien-Modrich-Doppel-Workout! Wie da Netz! Er sah aus wie Palma gerade von Link-Cake-Chat! Nächster Future Star-Icon! Irgendwas! Ja! Fürs Eizmo! Heizmo! Erster! Erster! Achso, die Akitee-Future Star! Come on! Come on, Zico! Zico! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Ey, schon wieder! Schon wieder, Digga! Future Star, come on! Netz? Nee! Pop! Pop! Future Star mit! Ey, ich hab's doch gerade... Future Star! ja vielleicht mal 20 pack aber auch ne netz ist in jedem pack drinnen netz und ich dachte gerade ganz kurz wäre mir gewesen keine ahnung warum ecuador apacho er muss sein doppel future star walkout die karte zwei place der platz musst du wieder voll lange brauchen die zu öffnen das brauche ich was ist das denn was ist das ist man was was ist das ist das ist das ist das ist das ist das ich hab die schon duplikat ja vielleicht doppel walkout bitte ja bitte die palmer die sieht aus wie badger oh mein gott oh mein gott sieht aus wie badger bro die ersten 50 gruppen kommt gerne in die whatsapp gruppe lassen like dein kommi ein bisschen support müssen lieber lassen morgen ist morgen heute ist heute gute nacht liebe leute